Ja, herzlich willkommen zu einem Shop-Video. Wenn nicht Videos hier auf dem Kanal gefallen, wenn ihr in Zukunft auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, lasst doch gerne ein Abo da, da es fehlen auch tatsächlich nur noch 7 Abonnenten bis 10.000. Wir stehen gerade wirklich so kurz davor und ich glaube, wir können es tatsächlich schon heute schaffen. Wäre auf jeden Fall super nice und ich werde natürlich auch einen Stream anschmeißen, da hätten wir so bei 997 ungefähr stehen und wir werden dann versuchen, uns das Ganze auch live anzuschauen. Wenn ihr also auch keine weiteren Streams verpassen wollt, könnt ihr natürlich auch gerne ein Follow da auf meinem Twitch-Kanal dalassen. Link dazu ist natürlich in der Videobeschreibung, außerdem bewertet kommentiert und teilt natürlich auch gerne das Video und ich würde sagen, wir schauen uns dann auch direkt den Item Shop von heute an und dort haben wir heute ein neues Musikpack. Ich würde sagen, wir beginnen allerdings mal ganz links, dort haben wir einmal den Main Skin, dann als nächstes hier den Schlappohr-Skin, einmal in der Farbe Standard und dann noch in der schwarze Weiß Variante. Dazu gibt es dann natürlich auch noch ein Backpack, gibt es auch in den beiden Stilen. Dann haben wir noch den Kloroskin, hier wieder auch in schwarz-weiß und im Standard rote-bläulichen Stil, ist auf jeden Fall ganz nice. Dann gibt es dazu noch die Presslufthacke als Spitzhacke, als nächstes haben wir dann hier noch den Flauschsegel dazu, hier gibt es auch zwei verschiedene Stile, nämlich einmal als symbolisch hier wahrscheinlich chinesische Schriftzeichen oder so Hund und dann noch Kaninchen, sieht allerdings jetzt nicht so extrem unterschiedlich aus, also designtechnisch macht das jetzt nicht wirklich verschiedene Stile. Dann haben wir als nächstes hier den Sirene-Skin, ist tatsächlich ein relativ beliebter Stil von, oder ein Skin von Venge Fischi, auch wenn ich ihn tatsächlich persönlich absolut hasse. Dann gibt es jetzt allerdings einen neuen Stil von meinem ganzen Skin und zwar noch den Noir-Skin, hier hat er im Prinzip so ein paar Punkte auf dem Körper, sieht auf jeden Fall relativ interessant aus und solche Skins hatten wir bisher glaube ich noch gar nicht. Dann haben wir auch noch den Vag-Skin, hier gibt es natürlich auch noch einen neuen Stil, natürlich auch so ein bisschen schwarz-weiß gehalten, sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus, wie ich finde und besser finde ich sogar als die normalen Stile hier. Dann gibt es noch die Exitus-Extra als Spitzhacken dazu und dann noch die Reflex-Kling als Spitzhacken dazu. Dann haben wir als nächstes noch den Vulture-Skin, dann noch die neue Musik und zwar den Prima-Remax. Ich würde sagen, es gibt bessere Musiken, normalerweise kaufe ich mir ja viele für Shop-Videos und so, aber die Musik ist absolut shit, wie ich finde, deshalb wird die sicher auch nicht gekauft. Allerdings 200 V-Works sind ja für eine Musik vollkommen in Ordnung. Als nächstes haben wir dann Träumefüße, dann noch die Taxifahrerin, die Goldgräber-Spitzhacken und dann als letztes noch am Wasser gebaut. Das war es dann auch schon mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.